Die 749 Meter hohe Hohebuche ist ein Berg im Thüringer Wald im Landkreis Hildburghausen. Sie stellt im Biosphärenreservat Fässertal Thüringer Wald die höchste Erhebung eines 8 Kilometer langen und nur 1,5 minus 3 Kilometer breiten Gebirgszuges dar, der nach Osten von der Nahe, nach Westen von der Fässer und nördlich durch die Stadt Schmiedefeld am Rennsteig begrenzt wird. Das komplette Massiv ist praktisch unbewohnt, lediglich der Ort Silbach befindet sich im Inneren der Südspitze. Am Westrand, den die Fässer bildet, liegt im Norden der Sula-Außenstadtteil Fässer und im Süden der Ort Breitenbach, während am von der Nahe gebildeten Ostrand relativ südlich der Ort Schleusinger Neuendorf liegt. Nach Norden schließt sich an die Hohebuche in gut 2 Kilometer Entfernung der 726 Meter hohe Volkmaskopf an. Nach Südwesten der 701 Meter hohe und nur gut 2 Kilometer entfernte Audeberg, die weitere 2 Kilometer südwestlich sich anschließende, 627 Meter hohe Silbacher Kuppe, südlich derer der Gebirgszug sehr rasch abflacht, ist bereits deutlich vom restlichen Massiv abgetrennt und kann als eigenständiger Gipfel angesehen werden. Zwischen dem östlich hinter der nahegelegenen, 11 Kilometer langen und bis zu 784 Meter hohen Bergrücken des Schmiedswiesenkopfes und dem nordwestlich hinter der Fässer sich anschließenden, bis 891 Meter hohen Adlersbergmassiv hat die Hohebuche naturgemäß keine sehr spektakuläre Fernwirkung. Jedoch sind die Berge beliebt als Wandergebiet in vergleichsweise unberührter Natur.